Das ist zur Zeit der beste RFK-Munnel-Glitch in GTA Online. Und das Beste ist Eldolo, Leute! Auch wenn wir den Video anfangen, wir stehen zum dritten einen fetten Like, das wir dir daten lassen. Und Leute, schickt das Video eurem Freundin, bevor der Glitch gepatcht ist. Also ich würde sagen, fang doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr einen markierten Job. Und Leute, was soll ich sagen? Das war's schon! Ja, mehr braucht ihr für diesen Glitch nicht, Leute. Dieser Glitch ist perfekt für alle Anfänger, die gerade mit GTA Online angefangen haben. Aber wo findet ihr den markierten Job? Natürlich in den Kommentaren, also checkt's mal aus. Habt euch den Job markiert, können wir auch direkt mit dem Money Glitch starten. Denn als erstes seid ihr in irgendeiner GTA Online sitzen und startet den markierten Job. Der markierte Job, by the way, ist ein Überlebenskampf. So, sind wir jetzt im markierten Job drin und ist gestartet, werdet ihr merken, dass die ganzen Wellen beim Überlebenskampf automatisch durchlaufen, da die Gegner hier automatisch getötet werden und ihr nichts machen müsst. Deswegen ist dieser Job AFK. Ja, aber was müsst ihr tun, um aus diesem Job nicht mal rauszufliegen? Nein, ihr müsst tatsächlich einfach den Controller einklemmen, aber auf einer ganz bestimmten Weise. Denn den Joystick einklemmen funktioniert nicht mehr, ihr werdet hier rausgeschmissen. Tatsächlich müsst ihr hier eine Waffe ziehen und die ganze Zeit zielen. Also sprich, die L2-Taste einklemmen. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus, wenn ihr Waffe ausgerüstet habt. Und ja, da werdet ihr nicht mal rausgeschmissen und könnt den Job einfach durchlaufen lassen. Da ein Überlebenskampf 20 Wellen hat, dauert das ca. eine halbe Stunde. Und nach diesen 30 Minuten werdet ihr 60.000 GTA-Dollars bekommen und natürlich auch RP. Und das Ganze komplett AFK und Solo, Leute. Und das Ganze könnt ihr euch einfach auf Wiederholen gehen und das Ganze von vorne machen, bis ihr genug Geld habt, um euch wirklich Sachen kaufen zu können für richtige Money Glitches. Ja, ich weiß, Leute, 60.000 klingt jetzt nicht so viel für Money Glitch, aber wenn ihr überlegt, ihr braucht hier kein Gebäude, keine Fahrzeuge, nichts. Ihr könnt hier Level 1 sein und diesen Glitch machen. Und das ist wirklich krass. Dementsprechend ist es hier wirklich meine Empfehlung. Macht diesen Glitch, macht euch so viel Geld, dass ihr wirklich Sachen kaufen könnt, die man für richtige Money Glitches braucht, wo ihr auch dann Millionen bekommen könnt pro Duplikat zum Beispiel. Aber Leute, falls ihr noch Fragen habt, dann gerne in die Kommentare. Aber ich bin raus, euer Mommat. Ciao.